Kapitel 21 Sam saß hinter dem Tresen in der Eingangshalle und sortierte die Post der Hausbewohner. Plötzlich wurde er durch quietschende Autoreifen von seiner Arbeit abgelenkt. Er rannte mit dem Handy in der Hand nach draußen. Im Rennen wählte er bereits die Notrufnummer, und er erklärte kurz die Sachverhält. Es liegt eine Person auf der Straße, sie bewegt sich nicht mehr, ja, und von einem Auto erfasst. Schnell bildet sich ein Menschenauflauf darum. Als er näher an die Verletzten herantrat, erschrak er fürchterlich. Verdammt, das ist ja David, fuhr es ihm durch alle Glieder. Sam musste einen Würgereis unterdrücken. Sam lag blutunüberströmend auf der Straße. Seine Arme und Beine standen im merkwürdigen Winkel von seinem Körper. Erinnerte an eine Stoffpuppe, die ein Kind unachtsam auf den Boden geworfen hatte. Sam kniete sich neben ihn und versuchte ihn anzusprechen, aber David reagierte nicht. Vorsichtig ertastete er den Puls an Davids Hals. Er war noch zu erfüllen, wenn auch schwach. Er zog seine Hand zurück, sie fühlte sich von blutfeucht und klebrig an. Wieder kämpfte er gegen das Gefühl, an sich zu übergeben zu müssen. Da stoppte auch schon den Krankenwagen mit einer lautholenden Sirene direkt neben Sam. Die Sirene nahm er erst wahr, als ihm ein Arzt eine Hand auf die Schulter legte und ihm bat, Platz zu machen. Vier Mann machten sich, Hälfte an David zu schaffen. Im Hand und Drehen wurde er auf eine Barre gehoben und für den Transport ins Krankenhaus vorbereitet. Sam bekam die Anweisung, die nächsten Angehörigen zu informieren. Mit zitternden Händen stand Sam da, als der Krankenwagen mit Blaulicht und schriller Sirene davon verbauste. Ein Polizist forderte ihn auf, die Straße zu verlassen, nachdem der Unfall aufgenommen war. Sam fühlte sich wie in einem Traum. Einige Dinge sprangen ihm förmlich ins Auge und wirkten sehr intensiv auf ihn, andere schienen in unerreichbarer Ferne zu sein. Langsam ging er ins Haus. Er wollte seine Arbeit wieder aufnehmen, doch dann fiel ihm seine blutverschmierte Uniform auf. Die Hände waren mit angetrocknetem Blut bedeckt. Sofort rannte er auf die Toilette, sein Mageninhalt wollte jetzt einfach nicht mehr bleiben, wo es war. Nach einer gründlichen Reinigung, bei der er noch mehrmals zwingen musste, fühlte er sich entstanden, seine Arbeit wieder aufzunehmen. Überlegte kurz. Dien sollte er anrufen. Es fielen ihm nur zu, seine Haushälterin ein und vielleicht Pandora, damit sie die nächsten Termine absagen konnte. So verkraftete die Nachricht ganz gut. Nach dem ersten Schock schritt sie aber sofort zur Tat, fuhr ins Krankenhaus, um mit dem Arzt zu sprechen. Die Managerin musste er nicht anrufen, weil sie ja auch wie David hier im Haus wohnte. Sam holte gerade den Aufzug, da erinnerte er sich an die Stapel Briefe, die er vorher für David sortiert hatte. So schnell würde der Musiker bestimmt nicht aus der Klinik entlassen werden, um sich rechtzeitig um seine Post zu kümmern, bzw. seine Rechnungen. Darum hielt Sam es für eine gute Idee, Pandora die Post anzuvertrauen. Allerdings hatte er nicht mit so einer Reaktion gerechnet. Als ja Pandora die Post in die Hand drückte und ihr dabei die schlechte Nachricht von Davids Unfall überbrachte, bekam sie einen hysterischen Weinkrampf, der damit endete, dass Sam einen Arzt kommen lassen musste. Das Mädchen, das seit ein paar Tagen mit David zusammen war, vielleicht sollte er es auch informieren, dachte Sam, als er wieder mit den Fahrstuhl nach unten fuhr. Aber er wusste nichts von ihr, hatte nicht einmal gehört, wie David sie genannt hatte. Der Name wollte ihm einfach nicht mehr einfallen. Er zermarte sich den Kopf darüber. Manabella! sprach er den Namen laut aus. Wie gerufen eröffnete sich die Eingangstür und sie stand vor Sam. Sam sprudelte aufgeregt los. Ich wollte ihn anrufen, aber ich hatte keine Nummer von ihm. Er, ich, ähm, mein David ist im Krankenhaus. Ich weiß nicht weiter, nur, äh, sieht nicht gut aus. Wo ist das? Wie komme ich dort hin? sagte die Elfe mit erstickter Stimme. Es steht bereits ein Auto mit Fahrer vor der Türe. Erwiderte Sam mitfühlend. Kurze Zeit später stand Regenbogen schon in der Eingangshalle des Krankenhauses. Unsicher sah sie sich um. Da entdeckte sie zwischen den vielen Menschen die alte chinesische Frau, die David versorgte. Entschlossen ging sie auf die Frau zu und blieb kurz vor ihr stehen. Hallo, so, sagte sie zur Begrüßung. Sue guckte den Kopf an, dein erleichtertes Lächeln machte sich auf ihren Gesicht breit. Ich habe einen gebußt, Mädchen kommen zurück. David ist krank, ein Auto. Ja, ich weiß, beeilte sich die Regenbogen zu sagen. Sie wollte nicht, dass Sue das, was sie bereits in Davids Gedanken gehört hatte, in Worte fasste. Was können wir tun? Nie zuvor in ihr Leben kam sie sich so hilflos vor. Wir müssen weiter bis nach Operationen, antwortete Sue abselzuckend. Operation, was ist das? fragte Regenbogen und schon wollte sie es gar nicht mehr wissen. Sie brauchte nur all diese Menschen zu belauschen, um die Antwort zu kennen. Sie setzte sich zu Sues Füßen und nahm wortlos die Hände der Schneesinnen in die Ehren und hielt sie fest. So warteten sie endlos wirkende Stunden, endlich. Sue war inzwischen eingenickt, kam ein Arzt. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass es nicht gut um Mr. Garetti steht. Regenbogen musste sich das nicht anhören, um es zu wissen. Sie hatte Davids Schrei immer wieder an sich gespürt. Sie wollte ihm so gerne helfen, durfte es aber nicht. Mit einem tiefen Säufzer zwang sie sich, den Arzt zuzuhören. Momentan ist sein Zustand stabil. Wenn man bedenkt, ein Zelletrauma, mehrere Frakturen, zwei davon im Rippenbereich, eine Rippe hat sogar seinen rechten Lungenflügel durchbohrt, Fraktur am rechten Oberarm und Hautstoffung am ganzen Körper. Er informierte sie der Arzt sachlich. Wenn er die nächsten zwei Tage überlebt, haben wir eine Chance. Kann ich zu ihm? Bettelte Regenbogen verzweifelt. Nein, heute nicht. Er ist in der Intensivstation, da dürfen keine Besucher hinein. Ergänzte der Arzt und nickte ihn kurz zum Brust zu und verschwand hinter einer Glastür. Ich muss zu ihm, war es Regenbogen klar. Ich muss was essen. Zu, zu, sprach sie die Schlesung zackhaft an. Es ist mir etwas peinlich, aber ich habe heute noch nichts gegessen. Sie brauchte zu kein weiteres Wort erklären, denn von nun ab war sie ein Zu-Spezialfall. Zu packte ihre Hand und schleifte sie in die Cafeteria des Krankenhauses. Dort bestellte sie erst einmal grünen Tee, zur Entspannung. Sie erinnerte sich daran, dass Regenbogen Obst zu sich nahm. Deshalb kaufte sie einige Äpfel und auch zwei Bananen. Danke zu. Lächelte Regenbogen sie aufrichtig an, während zu ihr eine Tasse grünen Tee reichte. Regenbogen verschlang erst einmal die Banane so schnell, dass zu der Meinung war, ein Affe könnte das nicht schneller. Nachdem die Elfe alles verspeist hatte, überließ ihr zu auch noch ihr Tee, weil er ihrer Meinung nach beruhigend auf Regenbogen wirkte. Regenbogen saß sich suchend im Kaffee um. Hier, vor all diesen Menschen, konnte sich unmöglich verwandeln. Denn so, wie sie war, durfte sie David nicht suchen. Sue, ich muss mal schnell verschwinden. Haben Sie eine Ahnung, wo ich... Weiter kam sie mit ihrer Erklärung nicht. Sue nickte allwissen und sagte nur, Ja, ja, mich verstehen schon. Nur mitkommen und ich zeige den Deal. Sie ging in den Flur entlang und auf eine der vielen Türen zielstrebig zu. Auf der Türe war die Aufschritte ledig zu lesen. Ich walte in Kaffee der Lira, rief zuerst Regenbogenwissen. Ich weiß nicht, ob ich nochmals dorthin komme. Ich habe noch einen wichtigen Termin, erklärte Regenbogen vorsichtshalber der Schlesing. Ach ja, fiel das Regenbogen noch rechtzeitig ein. Wissen Sie vielleicht, wo das ist, diese Intensivsache? Die alte Frau zeigte auf den Aufzug und erklärte, Du musst du dicken, fünftigen Stock und dann nochmal flanken. Aber sie lassen dich bestimmt nicht zu David. Sue sah Regenbogen scharf in die Augen, als könne auch sie Gedanken lesen. Ja, ich weiß, nickte Regenbogen und öffnete die Türe mit der Aufschrift Ladies. Sechs Waschbecken hatte man unter einer Front von Spiegeln aneinandergereiht. Verwirrt ging sie weiter in den hinteren Teil des Raumes. Dort erblickte sie an einer Seite viele Türen nebeneinander. Sie öffnete eine davon. Es war eine kleine Kabine mit einer großen weißen Schüssel darin. So eine hatte sie auch bei David gesehen. In dem Raum, den er Badezimmer nannte. Was auch immer das für ein Ding war, Regenbogen hatte keine Zeit, es herauszufinden. Im Hand und Regen hat sie sich unsichtbar gemacht und ging so verwandelt auf den Fahrstuhl zu. Sie musste sehr vorsichtig sein, um mit niemandem zusammenzustoßen. Ein paar Leute standen vor dem Aufzug und warteten. Ein einziger heller Klang kündigte das Öffnen des Fahrstuhls an. Flink schlüpfte Regenbogen zwischen den Menschen hindurch und drückte sich an die Wand. Die Türe schloss sich und mit einem sanften Ruck wurde das Zimmer nach oben getragen. Ups! Entfuhr das Regenbogen erstaunt über diese Tatsache. Ein Mann drehte sich zu und nach dem Geräusch um. Nach und nach stiegen die Menschen aus, bis eine Frauenstimme »Fünfter Stock, Intensivstation«, verkündete. Regenbogen verließ den Fahrstuhl und schnüffelte und zog die Nase kraus. Von den vielen komischen Gerüchen mussten sie beinahe niesen. Ru sollte sie nur suchen. Sie konnte seine Gedanken nicht mehr hören. Da entschloss sie sich, den Gang entlang zu laufen, bis sie mehrere Menschen alle in weiß gekleidet und arbeitend antraf. Die Elfe entschied sich, bei ihnen zu bleiben und in den Gedanken dieser Menschen zu stöbern. Es dauerte eine Weile, bis sie fündig geworden war. Eine Frau dachte über David nach und sprach eine andere dabei an. »Bazzi, hast du gesehen, wie ein 511 liegt? Es ist dieser Geiger, David Giaretti. Er hat einen entsetzlichen Autounfall. Ja, ich hab's auch gehört. Die haben ihn wieder zusammengeflickt, aber ob er je wieder spielen kann?« Es reichte Regenbogen. Mehr wollte sie nicht hören. Mehr ertrug sie einfach nicht. Sie stahl sich davon und suchte das Zimmer mit der Nummer 511. Zaghaft öffnete sie die Tür. Mitten im lauter piepsenden und leuchtenden blinkenden Geräten stand ein Art Bett. Regenbogen hatte David zuerst nicht daran ersehen können. Er hatte überall dicke Verbände und aus denen zum Teil Plastikschläuche herauskamen. Sogar sein Kopf war eingebunden. Von seiner Nase aus führte ein Schlauch und ein Gerät, das anscheinend permanent Sauerstoff hervorbrachte. Der Verletzte hatte die Augen geschlossen. Es hatte den Anstehen, als ob er schlief. Aber anders als sonst im Schlaf sah er jetzt so zerbrechlich und hilflos aus. Regenbogen stiegen die Tränen in den Augen. Es war alles ihre Schuld. Sie hätte auf ihn aufpassen müssen. Wieso nur hatte sie ihn überhaupt allein gelassen? Nimm dich zusammen, befahl sie sich. Hör sofort auf zu weinen. Aber da war es schon passiert. Ehe sie ihre Tränen zurückhalten konnte, kullerte schon eine auf das Betttuch und fiel mit einem leisen Klack auf die sterilen Steinbogen. Die zweite Träne, die kaum ihre Augen verlassen hatte und dabei zu einem Diamanten wurde, fing sie gerade noch rechtzeitig auf. Verflixt! Wo war diese verdammte, verräterische andere Träne bloß hingesprungen? Wütend suchte sie mit ihren Augen den Boden ab. Da wurde die Tür aufgerissen und eine Pflegeschwester kontrollierte kurz die Geräte. Zufällig trat sie mit dem Fuß auf einen kleinen, durchsichtigen Kieselstein und hob ihn auf, um ihn zu betrachten. Wie ein kleines Prisma sah es aus. Er warf unzündige Lichteffekte über die verhaltene Hand. Und dieser Kristall musste der Patient verloren haben. Es gab einfach keine andere Erklärung. Sie wickelte den Stein, der kaum größer war als ein Streichholzkopf, in eine Muldbinde und nahm ihn mit. Das kann ja heiter werden, motzte Regenbogen vor sich hin. Wenn hier ständig jemand rein platzt, wie soll ich denn dabei arbeiten? Ich muss mich einfach auf die Schritte draußen und den Fluch konzentrieren, dachte sie. Immer noch unsichtbar berührte sie sanft Davids Wange. Sie fühlte sich fast so kühl an wie ihre Hand. Na los, komm zum Anregenbogen, du hast nicht ewig Zeit, trieb sie sich selbst und Ella an. Damit sie die Tür im Auge behalten konnte, täte sie sich am Kopfende des Bettes. Dann schloss sie die Augen, streckte ihre Arme aus und augenblicklich erschien ein Regenbogen im Zimmer. Er erstreckte sich von einem Bettende zum anderen und bildete eine perfekte Kuppel. Der Regenbogen tauchte nicht nur David in seinen leuchtendstensten Farben, sondern ließ auch das triste, weiße Zimmer bunt und fröhlich erscheinen. Es strengte sie sehr an, sich so lange konzentrieren zu müssen und dabei auch noch auf die Geräusche vor der Tür zu lauschen. Immer wieder musste sie ihren Zauber unterbrechen, weil Ärzte oder eine Pflegerschwester ins Zimmer kamen. Wenn das so weitergeht, brauche ich die ganze Nacht dazu, stöhnt Regenbogen auf. Bald würde sie keine Energie mehr für beide Zauber haben, unsichtbar zu sein und David zu heilen. Hätte sie bisher etwas mehr gegessen? Mehrere Stunden stand sie jetzt schon an seinem Bett. Eigentlich musste er sich bald bewegen. Regenbogen wurde langsam ungeduldig. Sie horchte in seine Gedanken, aber da war nichts. Nicht einmal ein verworrener Traum. Sie ließ den von ihr erzeugten Regenbogen verschwinden und atmete ein paar Mal tiefer durch. Mit den Fingerspitzen berührte sie seine Oberlippe. Da tauchte plötzlich in ihrem Kopf ihr Name auf. Endlich, endlich, flüsterte sie. Langsam hatte sie schon an ihre Fähigkeiten gezweifelt. Vorsichtig hob sie seinen Kopfverband etwas an und die Platzwunde, die ein Arzt genäht hatte, wie barbarisch, dachte sie, zu begutachten. Sie war völlig verheilt. Nur ein kurzer, feiner roter Strich war an dem Haarensatz über seiner linken Schliff zu sehen. Sie legte ihre Hände auf seinen Brustkorb und folgte damit seiner Atembewegung, um seine Verletzung zu erspüren. Waren sie fort oder fühlte die Elfe sie einfach nicht? Regenbogen versuchte nochmal in seine Gedanken einzudringen. Sie legte eine Hand auf seine Wange und strich mit den Daumen gefühlvoll über seine Lippen. Zum ersten Mal atmete David tief ein, ohne dabei das Gesicht vor Schmerzen zu verzerren. Wo kam das der Duft her, den David so gut kannte, den er so lange vermisst hatte. Dieser Geruch hatte nichts mit den üblichen Krankenhausgerufen zu tun. Langsam bekam seine schwarze Erinnerung wieder Farbe. Der Duft erinnerte ihn an ein Mädchen, an eine üppig blühende Blumenwiese mit vielen bunten Schmetterlingen. Als Regenbogen seine Gedanken hörte, stöhnte sie erleichtert auf. David, flüsterte sie ins Ohr, kannst du mich hören? David öffnete blinselt die Augen. Die grellen Lichter der Geräte, taten ihnen den Augen weh. David, kannst du mich hören? wiederholte sie und stärkte dabei mit ihrer Hand den Druck auf seine Wange. Regenbogen, bist du das wirklich? flüsterte er leise oder höre ich neuerdings auch schon Stimmen. David, ich freue mich so. Wie geht es dir? Hast du Schmerzen? Was ist passiert? fragte er. Und dann kam langsam die Erinnerung zurück. Ja, da war ein Auto. Bin ich schwer verletzt worden? Sagst du mir, hast du denn irgendwie Schmerzen? David spürte in sich hinein. Nein, ich glaube nicht. Ich freue mich so, deine Stimme zu hören. Bitte, geh nicht mal ohne ein Wort. Ich habe dich so vermisst. Er setzte sich da beim Bett auf und riss sich den Verband vom Kopf. Wo bist du? Gibst du mir deine Hand? Das brauche ich jetzt. Der Regenbogen legte ihre Hand in seine. Fest umschloss er sie. Komm, lass uns jetzt verschwinden. Wurde er ungeduldig und drückte die Klingel für das Krankenhauspersonal. Es dauerte nicht lange, da erschien die Krankenschwester gefolgt von einem Arzt. Beide starrten David, der aufrecht im Bett saß, erschrocken an. Hallo, machen Sie mir mal das ganze Zeug hier ab. Ich möchte nach Hause. Sagte David und fruchtelte der Belver mit der linken Hand umher. Sofort sprang die Krankenschwester nach vorne, drückte David Kraft von der Kiste zurück. Regenbogen konnte sich gerade noch rechtzeitig zur Seite retten. Sie dürfen noch nicht aufstehen. Die haben eine Schädeltrauma und zwei gebrochene Rippen ganz zu schweigen von ihrer Lunge, erklärte die Schwester aufgebracht. Der Arzt trat an Davids Bett und bestaunte ganz misstrauisch die Kopfnabel des Patienten. Das kann doch gar nicht sein. Der Unfall war vor weniger als 20 Stunden passiert. Wie ist das nun möglich? Na bitte, ich bin völlig in Ordnung, grinstete David den Arzt an. Er starrte ihn an, als wäre David ein Außerirdischer. Dann sagte er bedächtig, wir machen es einfach in einer Rundenaufnahme und dann sehen wir weiter. Brauche ich nicht. Machen Sie mir nur das Zeug hier ab, widersprach David. Der Arzt warf der Schwester einen unsicheren Blick zu. Ich zuckte nur mit der Schulter. Na gut, auf Ihre Verantwortung. Dann nahm er David die Brustbandage ab und füllte seine Rippen. »Du das willst?« fragte er und sah David über den Kufen an. »Neine Spur«, gab er als Antwort zurück. »Ich würde lieber ein Ort im Bild machen, zu Ihrer und meiner Sicherheit.« »Na gut, nur, wenn es nicht lange dauert,« gab der Musiker klein bei. Der Arzt legte der Krankenschwester zu, diese verstand sofort und hastete auf sein Zimmer. Unterdessen stellte der Arzt die Überwachungsgeräte ab und entfernte skeptisch die Schläuche. Plötzlich sah er auf und blickte an die Zimmerdecke, in der Regenbogen stand. Passungslos starrte er dorthin. »Hat er da nicht eben eine Frau gesehen?« Wie um das Bild zu verscheuchen, schüttelte er seinen Kopf. »Ich hasse den Nachdienst,« murmelte er. »Ja, das kann ich gut verstehen,« erwiderte David mitfühlend. Schon wieder sah der Arzt bestürzt auf die Stelle, wo Regenbogen stand. »Da steht eine Frau,« starrte er und zeigte mit den Fingern auf die Regenbogen. »Jetzt ist sie wieder weg.« »Tatsächlich?« fragte David interessiert, ohne hinzusehen. »Ich seh überall weiße Hünde, wenn ich übermüdet bin.« Da dutzte er in der Arzt an. »Wollte dieser Mann ihn auf den Arm nehmen?« Da kam die Krankenschwester ins Zimmer, mit der Nachricht, dass sofort ein Röntgenbild gemacht werden kann. »Gut, wo ist meine Hose und das Shirt?« »Ich fürchte, die sind beim Unfall etwas im Mittel in Kraft geschnommen worden.« Sie erreichte David eine Papiertüte mit der ziemlich verschmutzen und blutbefleckten Kleidung. »Nein, ich konnte er nun wirklich nicht mehr tragen. Darin würde er aussehen wie ein Zombie.« Aus einem Wandschrank nahm die Krankenschwester eine ausgeleitet Joggenhose, deren Beine viel zu kurz und ein hellblaues Arzt-T-Shirt. »Hanziehen kann ich wie seit meinem fünften Lebensjahr alleine,« ließ er die Arzthelferin wissen, als die an ihm Hand anlegen wollte. Nachdem der Arzt die neuen Röntgenaufnahmen studiert hatte und noch immer vor einem wissenschaftlichen Rätsel stand, verabschiedete sich David häufig. »Ich bedanke mich sehr bei Ihnen. Vielleicht kommen Sie mal mit Ihrer Frau zu meinem Konzert als mein Gast. Gerne, aber ich habe noch immer nicht die leisteste Ahnung, wie Sie so schnell wieder genesen sind,« zermattete sich der junge Arzt das Hirn. »Nur keine falsche Bescheidenheit,« schmeichelte David. »Sie sind einfach ein wunderbarer Arzt, ja geradezu in diesen Beruf hineingeboren.« »Hupp«, ein kräftiger Stoß in der Magengegend brachte dieses Geräusch hervor. »Es geht Ihnen also doch nicht so gut,« bohrte der Arzt nach. »Würgen und Übelkeit sind so typische Symptome bei einer Gürnarsch getrunken?« Regenbogen hatte dem Musiker spielerisch die Faust in den Magen gerammt. »Schließlich war es Ihr Verdienst, dass es David wieder gut ging, nicht die, die von den Knochenbrechern.« »Halt, das ist alles in bester Ordnung,« keuchte David glücklich und rieb sich dabei den Bauch. David wollte gerade den Aufzug betreten, als ich meiner Pflegekraft nachrief. »Mister Geretti, hallo, Mr. Geretti, Sie haben es vergessen!« Erstaunt blieb David stehen und wartete. Eine Frau im mittleren Alter blieb nach Luftringern vor ihm stehen und pflückte ein Stück Möbel auseinander. »Ich habe den Stein unter ihrem Wirt gefunden, also wahrscheinlich ihrer. Ich schätze mal, es ist ein Diamant.« Als David keine Reaktion zeigte, erklärte sie weiter, »Ich habe ihn für sie aufgehoben. Ich dachte, er ist vielleicht aus einem Schmuckstück herausgefallen, oder so.« »Das ist meiner,« hauchte Regenbogen David ins Ohr. »Aber sag mir, sie kann ihn behalten.« Erstaunt über diese Mitteilung zog David den Augenbrauen nach oben und erklärte sein Gegenüber, »Wir steigen können Sie gerne behalten, ich habe keine Verbindung mehr dafür.« Die Frau bedankte sich immer noch bei David, als er längst im Fahrstuhl nach unten unterwegs war. »Endlich,« stöhnte Regenbogen erleichtert auf, als sie im Fahrstuhl, sie waren alleine, wieder züchtbar wurde. »Ich hätte keine Minute länger aushalten können, ich war noch nie mehrere Stunden unsichtbar, ich wusste nicht, wie anstrengend das ist.« »Mir ist es auch verlieber, denn ich küsse lieber ein Mädchen, das ich sehen kann.« lächelte David die Elfe an, zog sie in seine Arme und küsste sie zärtlich.